Moin Moin aus dem Schramberg. Wir haben hier einen Harley Custom Bike extra umgebaut für das Wacken Festival. Dieses Jahr ist das Thema Horror und für nächstes Jahr ist das Thema Wikinger. Was hatte ich da gleich im Kopf? Ja diese Wikinger Schiffe, richtig geil aus Holz mit diesen geschnitten Ornamenten, diese Drachen und diese keltischen Zeichen. Grundfarbe ist sehr dunkel, braun, schwarz. Da das Bike natürlich aber auch auf der Bühne zu sehen sein wird, wird auch hier oben diese Holzoptik rüberkommen. Also hier Holzfasern, also Holzbretter, hier dieses geschnitzte und hier in dieses Feld, wo sonst noch mal das Harley Logo sitzt, da kommt er in dieser Wacken Bullenschädel rein und so ist diese Holzmaserung. Hier sieht man so diese Schnitzereien. So, ganz so detailliert werde ich nicht reingehen. Ich werde es mit dem Pinsel machen, auch diese Holzknäste. Von der Farbe ungefähr gehen wir so vielleicht ein Tick dunkler. Genau, hier ist der Wackenkopf, der kommt auf die Seite rauf. Hier diese Holzmaserung und ich glaube, das wird richtig cool aussehen. So, jetzt gehen wir mal wieder rauf. Jetzt kann man so ein bisschen, so sieht man ein bisschen doller auch. Das kommt auf den Tank hier oben rüber. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich mache mir das aber auch immer schwer, wenn ich das gleich alles schwarz gemacht habe. Vielleicht mache ich das hier richtig dunkel, damit man diese Schnitzerei besser sieht. Und dann sehe ich auch auf der Schablone nichts mehr. Ich glaube, das sieht cool aus. Ich komme真的 ungefähr aus. Ich habe auch schon gespannt. Wir sensten in Chrzo Balance Almag gratuit söylen rhetorisch zu steadik п civilian感 Ibedürftsp değn. Waset�� nach oben, S Iron Man würde Schwarz ist schon mal plata verletzt. Okay und jetzt gibt es noch hier raus Walk inっ looking. Wunderbar. Hier sieht man richtig im Licht jetzt schön, diese Holzstruktur, die Maser auf die Führung, die reingearbeitet hat. Danny, das hast du super gemacht. Das freut mich. Danke. Boah, gute Dank. Zum Ticketstart, die ersten 24 Stunden werden wir zusammen mit Harley Deutschland dieses Bike verlosen. Das ist ein Kastenbike, absolutes Unikat. Wert wird geschätzt auf über 60.000 Euro. Samtgedengelt hat das Ding. Chicken aus Würzburg. Die Lackierung hat der unfassbare Danny Schramm gemacht. Und das Bike wird verlost an euch unter allen, die sich so ein Ticket kaufen. Und jetzt wünschen Gößi und ich euch noch viel Spaß. Harley Lackiert, geil vorgestellt. Die Leute fanden es cool. Ich hab mega Spaß gehabt. Hab jetzt glaube ich einen Sonnenbrand. Und würde sagen ey, fuck it. Bis bald. Und das war geil. Euer Danny. Ich pleine Dinge. Ich bin creinig. Und das war kein Kelly.